Aber der hat die ganze Zeit dieselbe Punktenzahl wie ich. Hinter mir? Ja, hinter mir war einer. Ich hab's gespürt an meinen Eiern. Er hat hingefasst. Paragraf 5721. Durch das Daumen hoch geben auf ein Danny Burnitch-Video bestätigt der Mann seine Potenzfähigkeit. Was geht Leute? Mein Name lautet Danny Burnitch. Willkommen zu einem neutem, äh, Part, äh, nicht Part, einfach erneutem Video hier in Black Ops 2. Ja, ich werde zwei Spiele spielen, mit einem Greenscreen, den hab ich mir nämlich geholt. Und, äh, ja, ich wollt's einfach mal testen, wie es aussieht. Einfach nur Spaß. Es gab da ein Greenscreen, äh, Paket bei Amazon. Ich werde übrigens mal wieder frei für alle spielen nach langer, langer Zeit. Ich hab nämlich lange kein Black Ops 2 mehr gespielt. Aber ich will's wieder öfter spielen, weil, ja, Ghosts, muss ich ganz ehrlich gestehen, macht mir nicht mehr den allzu großen Spaß, wenn ich es 10 Stunden am Tag spiele. Am Anfang ging's noch, aber nach einer Zeit dann irgendwann nicht mehr, keine Ahnung. So, kann ich einmal mit... Ja, ich spiele nur gerade frei für alle. Vielleicht lad ich ihn einmal sehen. Ähm, also danach dann, ne? Und ja, diesen Greenscreen gab es im Angebot bei Amazon. Ich dachte mir, ja, wieso nicht, holst du ihn dir einfach und testest es erstmal aus. Und ich muss sagen, ich bin ziemlich beeindruckt. Allerdings hab ich das Ganze noch nicht ganz drauf mit der Belichtung und sowas. Es ist wirklich so kompliziert. Äh, vor allem, wenn man es das erste Mal tut. Äh, hahaha. Wenn man es das erste Mal tut, witzig, oder? Ja, super witzig. Lass uns alle lachen gemeinsam, hin oder her. Ähm, und ja, nach langer Zeit mal wieder Black Ops 2. Und ich freu mich, mal sehen, wie weit ich komme. Übrigens, schreibt mir mal in die Kommentare, wie ihr das mit diesem Greenscreen hier findet. Denn ich finde das ziemlich, ziemlich hammer, aber jeder hat da seine eigenen Meinung. Ich spiele mal mit einer Noobwaffe. Oh, die Einstellung. So, ich mach mal. Ich hoffe, das ist für die Schritte. Nicht ganz sicher. Oh, hast du lange nicht mehr gespielt? Äh, ich extrem lange nicht mehr gespielt. Also so extrem, extrem, extrem lange nicht mehr gespielt. Ihr glaubt gar nicht, wie lange ich das nicht mehr gespielt habe. Aber mal sehen. Da ist einer. Lol. Ich hab ihn durch das Auto, ich hab ihn durch Auto-Ein gefühlt, obwohl er, obwohl er hinter der Wand war. Was zum Teufel? Da ist einer. Holy, oh nein. Na, wenigstens hab ich Vorräte. Na, soll ich rauszuhlen? Ich weiß nicht. Ich hol mal den hier raus. Und töte den hier. Hallo? Geht ihr noch gut? Hallo? Ja, alles wird gut. Oh, nice. Der Killer-Drone hat ihn ermordet. Ah, verdammt. Du Loser-Sniper. Jetzt hat er sogar 8 Kills, genau wie ich. Gott, wieso zum Teufel hab ich Care-Package mit am Start? Keine Ahnung, Alter. Ist übrigens die beste Stelle hier in 3-4-Alle, finde ich. Die allerbeste Stelle. Ah, fuck. Ja, so geht's wieder los, nach langer Zeit mal wieder ein Game. Hoffentlich gewinn ich aber auch. Ich will nicht verlieren. What the fuck? Ich will er's auch nicht verlieren. Aber bei Nuketown weiß man irgendwie nie. Da ist es so, ne? Oh, was? Ja, der typische Autocamper, den gibt's natürlich auch noch. Gab's aber schon immer. Und natürlich kann ich auch bei Livestreams... Ah, shit. Natürlich kann ich auch bei Livestreams diesen Greenscreen verwenden. Also nicht nur... Oh, man. Von wo denn überall, Alter? Mann, Mann, Mann. Das ist echt so viel hier. Oh, verpiss dich, du scheiß Sniper, Alter. Was denkst du, wer du bist, Alter? Doch, wie ich das hasse, wenn die mich quickscopen. Vor allem hier in Black Ops 2. Wo es kaum möglich ist. Was heißt kaum möglich ist, aber... Hier gibt's ja nicht dieses Auto, äh, Dingsda, Bingsda. Keine Ahnung. Es gibt ja... Quickscopen ist ja eigentlich... Nicht so... Es ist schon möglich, aber nicht so gut möglich, auf jeden Fall. Nicht so gut wie in anderen CO... Ja, genau. Du nimmst Drogen, auf jeden Fall. Das wissen wir schon... Das wissen wir schon, seit lange. Wow, ich hab ihn nicht getötet. Ach, du Scheiße. Na, Scheiße. Äh, lass... Hier spawnt einer, aber ich... Oh mein Gott, dieser scheiß Sniper, der eine andere Waffe aufhebt. Denn jetzt bitte... Gib dir jetzt ein bisschen Mühe, wenigstens. Das kann jetzt nicht sein, dass ich hier am Verlieren bin. Das kann jetzt wirklich nicht sein. Ja, ich kann nicht sein, dass er die ganze Zeit mit dir... Dieselbe Punktzahl mit mir hat. Wie geht das überhaupt? Ich fühle mich so, als wäre ich Gott gerade, aber... Aber der hat die ganze Zeit dieselbe Punktzahl wie ich. Hinter mir? Ja, hinter mir war einer. Ich hab's gespürt an meinen Eiern. Er hat ihn hingefasst. Ach, ja, ja. Übrigens, ich schneid meine Haare. Ich mach mir ein Undercuts. Undercuts. Oh yeah. Hab ich schon lange nicht mehr gehabt, ein Undercuts. Die Leute, die mich länger verfolgen, die wissen ganz genau. Hatte damals ein Undercuts. Ey, sogar extrem lange Haare um. Und jetzt führt er sogar... Ey, komm schon. What the fuck ist gerade los? Wie kann er führen? What the fuck ist das für eine Map? Ach, du Scheiße. Was? Ach, der Typ kämpft auch da. Er kennt die Taktik also. Der Bengel kennt die Taktik. Mann, jetzt... Das kann nicht wahr sein. Der Typ ist nur am Campen. Verdammt, ich spucke schon, Alter. Wo ist er? Was? Ich bin doch gerade mal da gespawnt. Das kann nicht wahr sein, Alter. Was zum Teufel? Wollt ihr mich verarschen jetzt, oder was? Wow. Ich kann nichts machen. Geil. Black Ops 2, mal wieder eine Runde nach langer Zeit. Gott, ich... Die einzige Map, wo ich immerhin frei für alle verliere, ist wirklich diese Map hier, weil... Die ist einfach so verdammt random. Meine Güte. Come on, bitch. Ja, ich hole nicht mehr einen wahrscheinlich. Er sei nicht... Keine Ahnung. Na, wo ist die Kiste? Na, wo bist du? Ein Geschütz, toll. Das freut uns alle, dass es ein Geschütz ist. Ja. Ich platziere es mal hierhin. Wird bestimmt viel bringen. Und ich habe so gut wie verloren eigentlich. Ja. Das Spiel ist verloren. Definitiv. Kann ich euch jetzt schon sagen, dass das Spiel verloren ist. Hinter mir. So, du musst sterben. Ah, nee. Ja, war blöd halt, ne? Vorräte dabei gehabt, keine Ahnung wieso. Hätte ich lieber die Drohne mitnehmen können. Dann hätte ich 100%ig gewonnen. Dann hätte ich wirklich gewonnen. Ach nee, ich habe die Drohne. Wieso habe ich die nicht... Ich hatte... Hä? What the fuck? Ja, ich schätze mal, ich habe mich ein bisschen selber gedisst. Aber schon okay. Lol. Ich glaube, er versucht den übelsten Kill zu bekommen. Ah, verdammt. Hallo? Nein. Ja, wenn er so dumm ist und versucht den übelsten Kill zu bekommen, kann ich sogar noch gewinnen. Komm schon. Na los. Nein. Mama mia. Oh, ich aktiviere ganz... Du war mal die. Ta-da-la, ta-da-da. Meine Vorräte aktiviere ich auch ganz... Verdammt. Ist mir jetzt eigentlich egal, weil wenn er auch trollt, trollt... Ja. Habe ich gewonnen? Nee, habe ich nicht. Ist mir auch egal eigentlich, weil... Sorry, aber dieses Spiel war sowieso... Er hatte sowieso gewonnen, hätte er, ja. Deswegen, ich überlasse ihm den Sieg einfach mal. Ich will ihn auch gar nicht aufholen jetzt, weil er hier versucht zum Schluss mit der Sniper irgendwie einen Kill zu machen. Ich hätte es geschafft. Hätte er 29 Kills, habe in den Sniper ja gesehen, habe ich es nicht getan. Ähm. Aber ich denke, das kann man hier verstehen. Weiteres Thema. Und zwar habe ich mir überlegt, ein zweites Road to Commander in Black Ops 2 zu machen. Weil es damals so gut angekommen ist. Ähm. Und es ist außerdem schon lange, lange her. Es würde aber auch nicht täglich kommen. Also täglich kommen hier wahrscheinlich dann nicht mehr Videos. Aber es würde so... Äh... In jeder Woche... Einmal kommen. Ungefähr, ja. Jede Woche ein Mal. Und... Dann für so eine halbe bis eine Stunde ungefähr. Also ein langer Part dafür. Aber wie gesagt, nur ein einziges Mal. Müsst ihr mir sagen, was ihr dazu sagt. Halt, äh... Ein Like einfach da lassen oder keine Ahnung. Irgendwie sowas. Ähm. Ich sehe es ja in den Kommentaren und so weiter und so fort. Und... Das Road to Commander in MV2 werden wir auch noch weitermachen. Keine Sorge. Dann werde ich mir auch noch einen Tag aussuchen, damit wir das fertig bekommen. Und dann hatte ich ja noch einen Road to Commander in Black Ops. Habe ich auch noch nicht zu Ende gemacht. Müssen wir auch noch tun. Advanced Warfare wird natürlich auch noch kommen, aber... Ich weiß nicht. Ich habe das Gefühl, auch ihr wollt nicht unbedingt Advanced Warfare sehen, wenn ich ganz ehrlich bin. Also schon. Natürlich wollen viele Advanced Warfare sehen. Und es wird auch noch weiterhin kommen, aber... Ich will... Ich wollte eigentlich meine Meinung in einem anderen Video sagen. Aber ich kann euch jetzt schon sagen... Ein paar Sachen sagen, die mich so ein bisschen nerven. Und zwar zum einen die Waffen schon. Ich meine, es gibt nur zwei gute Waffen. Nur zwei gute Waffen. Das ist einfach mal gar nichts. Das ist einfach mal lächerlich. Wenn ihr versteht. Es kann einfach nicht sein. Deswegen... Naja. Gut. Schon wieder auf Nuketown. Ja, dieses Mal will ich aber gewinnen. So, ich nehme mal eine andere Waffe. Und ich habe immer... Ach, wieso? Ach ja. Ich habe immer noch dieselben Keystreaks dabei. Na, super. Na, los. Komm her. Hinter mir oder wo? Ja, hinter mir. Oh, aufpassen. So, vielen Dank. Für die ganzen Kills. Das ist schon mal wieder im... In einem alten COD zu sein. Das fühlt sich echt gut an, muss ich sagen. So, Bitch. Hör auf zu snipen oder du... Oh mein Gott. Nein! Oh, Danny kostet hier mal ein bisschen mehr. Ich darf nicht so oft sterben. Weil die holen so schnell hier ein. Ich kann euch sagen, ich bin am Führen. Aber es bringt mich nicht unbedingt weiter. Ja, von wo? Was? Ich habe ihn ja nicht mal gesehen. Und naja, es ist... Wie gesagt, Advanced Warfare ist echt ein cooles Spiel. Und es ist auch ganz witzig und toll und lalalala. Aber... Weiß nicht. Ich... Ich werde es schon noch hochladen. Auf jeden Fall werde ich es noch hochladen. Das gehört einfach an meinen Kanal. Aber nicht mehr allzu oft, sage ich mal. Also nicht mehr jeden Tag oder sowas. Es tut mir auch wirklich herzlich leid, dass ich so... So, ähm... Ja, wie soll ich sagen? So viel hochgeladen habe an einem Tag. Ich denke, da haben die Zuschauer die Lust verloren. An dem Game, aber... Aber ja. Deswegen... Ich will es nicht mehr jeden Tag hochladen. Ich spiele es auch nicht jeden Tag, um ganz ehrlich zu sein. Also, da macht mir zum Beispiel jetzt im Moment Black Ops 2 einfach mehr Spaß schon wieder. Wie alt ist dieses Spiel nochmal? Ich weiß gar nicht, wie alt dieses Spiel eigentlich ist. Aber es ist auf jeden Fall schon alt. Das kann ich euch sagen. Und... Lajardo oder so, ne? Was? Aus dieser Entfernung? Ist klar. Ah, ich habe sogar noch C4, ne? Habe ich auch lange nicht mehr eingesetzt. Verdammt. Das Geile ist, dank dem Greenscreen gibt es jetzt keinen einzigen Hall mehr bei mir im Zimmer. Also, es ist halt gar nichts mehr. Nicht mal ein bisschen. Das ist halt das Tolle. Was von wo? Boah, ich fühle da nur 5 Kills, aber... Ja, weil ich auf diesem Mal weiß man, wie gesagt, nie. Ja, ich beeile mich aber trotzdem. Mal sehen. Vielleicht werde ich ja noch Erster. Mit sehr viel Glück. Und wohl, ich sollte eigentlich auch so Erster werden. Oh, 2 Kills. Nice. Habe ich gar nicht gemerkt. So. Ich lade auch übrigens auf meinem zweiten Kanal nicht mehr so viel hoch. Habe meinen zweiten Kanal. Da lade ich nur noch Schnittvideos hoch. Also sehr, sehr geschnittene Videos. Sehr, sehr stark editierte Videos, sage ich mal. Wenn ihr versteht. Weiß nicht. Die Videos gefallen mir einfach mehr. Und... Ich habe es mit Let's Place versucht. Aber sind einfach nicht so mein Ding, um ganz ehrlich zu sein. Deswegen... Habe ich es dann doch gelassen. Komm her, Bitch. Das ist richtig. Ich packe deine Stoffe in deinen Koffer wieder ein. Guten Tag, Herr Sniper. Sie wollten mich killen, habe ich gehört. Oh, da ist er wieder gespawnt. Hätte ich was wiederbekommen. Wieso habe ich immer das Gefühl, die Gegner kann hier aufholen? Ich weiß nicht. Oh, nice. Zumindest noch bekommen. Aber ich spiele auch nicht wirklich gerade gut. Aber ich gewinne wenigstens. Das ist schon mal nice. Oh, my Bitch. Es fühlt sich einfach so gut an, wieder hier Kills zu machen. Das ist unglaublich. Ich kann es gar nicht beschreiben. Oh, ich kann nicht zielen. Mann, Mann, Mann. Was zum Teufel. Jetzt fühle ich nur noch mit vier Kills. Seht ihr, wie schnell das geht? So. Secondary raus. Ah, von hier. Hier ist einer. Oh, hinter mir ist einer. Ah, Mann. Ich glaube, der Typ hat jetzt... Ja, das ist der Typ. Was, Mann? Ich bin doch gerade erst gespawnt. Das hasse ich extrem, Alter. Das geht einfach zu weit. Es tut mir leid. Ja, ja, ja. So. Ah, shit. Ich habe ihn noch getötet, oder? Ja, ich habe ihn noch getötet. Aber da wurde ich ein bisschen geohnt. Nice. Nice, nice, nice. Puh. Ja, wir wurden erst da. Ich wollte ja nur zwei Spiele heute machen. Deswegen. Äh, ja. Ihr müsst mir mal sagen, wie euch das Ganze gefällt. Und die ganzen Themen. Road to Commander. Was weiß ich alles. Noch, ähm, auch bitte in die Kommentare schreiben, also nebenbei, damit ich weiß, yo, besteht das Interesse. Green Screen, wie ist das, wie ist das, wie ist das, wie ist das, lalalala, wir sind alle die Besten. Und haben alle einen Steifen. Ja, vielen Dank, für's Zuschauen. Wir werden nicht vergessen. Und, äh, ja. Abonniert jetzt meinen Kanal, um unsere Nation beizutreten. Und ich werde dich im nächsten Video wiedersehen. Und dann sag ich wie immer noch, drei, zwei, eins. Also, jetzt schon ihr Ziel erfüllt, das ist schon mal nice. Da auf die Karte. Ja, hinter dir, hinter dir. Da konntest du nichts machen. Ich guck nicht so auf die Karte, ich bin zu weit weg. Was? Ich guck jede Sekunde auf die Karte.